Ich hab einen Nachts. Weißt du was? Fuck off. Ich hab noch eins. Oh, ich stehe weg. Von Norden irgendwo. Drei Norden, die der Base drin. Ja, wow, Mann. Hier sind zwei bei mir. Links von dir, links von dir. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Oh, Gott. Nee, das ist wieder. Fuck you! Oh, Gott, Mann. Wie viele Leute hier einfach sind. Das ist unfassbar. Oh, wait. Komm rein. Ja. Ja, natürlich. Oh, shit. Oh, fuck. Der ist unten, Morris. Echt? Okay, ich komm rein. Wo? Keine Ahnung. Oh, der hat Nullerwaffe geholt. Einer geht zu euch. Boah. Was ist denn da? Nee. Warte, warte, warte. Nice. Kommt noch jemand. Rey. Sky Base. Oh, ich hab den Locked. Erstmal Reloaden muss ich. Oh mein Gott. Ich war eigentlich voll damit zufrieden, den noch zu killen und dann zu sterben. Boah. Naja, aber das haben weiterhin nur Kills gehabt, ne? Wenn den einen killst und der andere dich killt, dann beliebt den wieder. Und es gekillt. Oh. Oh. Wissen wir jetzt wissen, wo das her kommt. Oh, wait, das ist ein Wiegel. Ah! Oh, wait, das ist ein Wiegel. Oh. Alter, lass mich doch mitspielen, ey. Junge. Oh man, das gewinne ich jetzt, das Game. I think he's... Oh! This! Another one! Another one! Two! Oh fuck! The blue guy has a weapon, in case you wanted to know. Okay, he has no weapon actually. Ah, nevermind, he does. He's just rezzing his teammate. Yeah, he's rezzing. Oh god. But his teammate doesn't have a weapon, so it doesn't actually matter that much. Oh! Oh my god! What the fuck? What the fuck? I'll just survive that though. Oh my god! Honestly, I'm not 100%. Okay. Holy shit. That's gotta be the coolest move I've ever seen in this game. You just fly up here and just rocket launch them in the face. Sorry, my dude. Oh my god. Oh my god. I thought I hurt him, man. I thought I hurt him, man. I have one knocked. I have two knocked. I have three knocked. Oh shit. Holy shit. Holy shit. Let's fucking go. Oh. Oh. Dann find er da den schöne blauen Pump. Ey, hier ist der Boys bei mir. Und dann, oh lol, hier ist noch einer. Und da ist auch einer. Und da ist auch einer. Ich bin das, was nicht. Ich bin hier richtig aus. Eike, hier ist gerade, abspulst. What the fuck ist Dustin hier? Eike, helf mir. Ich hab alle vier. Eike, helf mir. Ich glaube, ich sehe seinen Maid, der ist beim Hoster irgendwo oben. Oh, ich hab ihn getroffen! Das ist eben beim LKW-Ski. Ja, genau. Ich hab den mit dem Sniper ehrlich getroffen, Alter. Aber er hat jetzt irgendwie so 20 AP oder so. Pfff, okay. Da unten läuft einer. Zwei laufen da. Einer ist am Stein. Ey, die laufen da alle rum. Ich hab einen ge- Ohohoho! Ja, ist komm. Wir machen es zusammen. Okay, er ist jetzt unten. Oh, what the fuck. Äh, beim Burgerhaus. Okay, ich hol beierst den. Hab den beim Burgerhaus. LOL! LOL! Aufhör! Oh! Oh! Wo ist das jetzt scheiße? Das ist 8-star. Loll. Loll. Den nur ist noch klar, Loll. Fuck, ich hab gemisst. Oh. Oh. Loll, das sind die beiden. Oh, ich baue dich. Ah. Ähm. Nein. Oh. Nein. Oh. Was war denn? Let's go. Oh, Alter. Der Klatsch, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh. Ah, hier ist einer bei mir. Oh, nice, ich hit. Okay. Oh, Junge, nice, KS. Hier kommt noch einer jetzt. Da, da bildet er sich gerade hoch. Ich hab den Kammer umklingert, glaube ich. Kann der mal in die Luft gehen? Oh, Junge. Oh, net, KS. Oh, nein. Alles Headshots hier. Hinter dir, hinter dir. Oh. Nice. Einer muss irgendwo noch sein. Mal ein bisschen was rausrücken, ja, Metz. Oh. Ich guck Eike zu, der hat ja vier Kills. Oh. Tja. Ja. Oh mein Gott, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Ich hab den auf dem Dach. Oh mein Gott, ein Leben noch. Oh. Aww.